Ich werde heute meinen Frauenstreich vorspielen. Schwarzer Tee, Pfeffer und Taka. Ich werde meinen Frauenstreich vorspielen. Was wir noch brauchen ist den Löffel, den Tonig mit Pfeffer da drauf und dann schieben wir sie rein. Und das war zu viel. Wieder zusammenfalten. Die Spannung, die Schuhe, die Packer. Und das war's. Ein Tee. Das ist die Tasse für meine Frau. Das ist für mich. Dann werden wir es. Die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe. Die Schuhe, die Schuhe. Die Schuhe. Wie schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.